so sind es sind es mutanten tiger jetzt gibt es hier wieder ich kann mich nie entscheiden welche Waffe ich nehmen soll ist echt schlimm zumal es hier auch nicht viele Waffen gibt aber ich will nicht was was war sogar richtig so und hier geht es rein oh oh ich glaub das war ich glaub das war kein Geld so weiter im Gehirn hihihi 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 da ist wieder sowas was passiert passiert nichts am liebsten wäre es mir wenn wir hier hoffentlich bessere Chancen mehr waffen mit zu schlitten hihihi 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 alter Oh nein. So. So. Boah, wer da mal alles ein, was wir kriegen können? Bin ich schön. Hab ich gerne. Da kommen die Dinger mehr raus, glaub ich. Also vermutlich. Wenn die kommen jetzt hier runterspringen. So. Ich höre gar nicht runter. Okay, wir lassen die Dinger das machen. Dass die Soldaten jetzt überhaupt mitmachen, falls es Soldaten sind. Ich sage, Soldat hätte mir schon längst die Kugel gegeben, wenn ich ehrlich bin. Bitte, das sagt gar nicht. Ich fühle mich echt nicht. Ich fühle mich echt nicht. Was machen die mit den Fressen, die die oder saugen die, saugen die Viecher, die die Soldaten auch, oder? Ich fühle es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Ich fühle es echt nicht wissen. Irgendwie, das... Irgendwie, das... Was ist denn das? Ach, so eine Blendrakete, was weiß ich. Blendgranate. Eine Flayer. Okay, wir müssen also runter. Das gehört zu ihm, glaube ich. Und ihm, für ihn gibt's nix. Hä, sind wir doch gekommen. Oder? Nee. Wir müssen nachdenken. Oder? Wir müssen einfach zurück. Wir müssen noch weiter. Wir müssen noch eine Flayer-Fressen. Wir müssen noch mal in denjàungen bleiben. Wir müssen noch ein paar Flayer-Fressen. Wir müssen noch weiter. Wir müssen noch einen Flayer-Fressen zurück. Putz die zieht schruggen aus, ne? HAH! Alter! Alter! Die gehen wir anders, ja? Guck mal, die fressen die auf. Also mir soll recht sein, ich halt eh nicht viel von den Soldaten. Okay. So, wir schauen wieder zu, wie immer. Ich glaub mal, einer hat überlebt, oder? Ne, zwei, okay. Oh, fuckhead! Oh, fuckhead! Was ist das? Ich bin ja. 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 Naja, bobo. So. Komm! Na, mal hochschauen. Boah, die drei Schuss haben grad noch gereicht. Diese... All clear! Ah! 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 So ne Rüstung hätt ich auch gern. Ich glaub wir haben ne bessere, oder? Ich weiß es grade gar nicht. Wer war hier grade? Mann! Mann, mal weg! Mann, mein Gott! Man muss... Da ist irgendwo was. Boah, ich wer grad grad voll äh... und fertig gemacht das andere ich glaube hier war jemand ich hab's doch gesagt ich hab's doch gesagt ich hab's doch ich hab's doch ich hab's doch ich hab's doch kann auch vergessen er kann im überlaufen okay das ist dann gleich da Drecksau ich will weg warum zockiert so was überhaupt kann man das an erklären ist er down da feigling ich glaube wir haben es geschafft ich bin mir nicht sicher okay 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 du bist 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 die die das denken in der Folge jetzt alter und sie sind es aber naja ab die vor Ort wir wollen so sorry ich brauche andere Waffen so so sehr schön der wäre erledigt so wir können mich am Arsch lecken wenn die da jetzt reinkommen, dann machen wir sie platt die kommen nicht raus ne so 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 so